Wärme, was ist das eigentlich? Wir hatten es eben schon herausgearbeitet. Wir nehmen nochmal ganz schnell die Aggregatzustände, und zwar fest, in diesem Fall habe ich das mal braun gemacht, fest, flüssig und gasförmig und schauen uns nochmal den Abstand der Teilchen an. Bei festen Stoffen, wenn es zum Beispiel Kupfer wäre, das ist ein Metall, weiß jeder, dann haben die Atome zueinander feste Abstände. und sind festgefügt, so festgefügt, dass man nicht einfach mal so hier dazwischen durchgehen kann. Das heißt, die Teilchen sind nicht gegeneinander verschiebbar. Beim flüssigen sind sie gegeneinander verschiebbar, lass es mal Wasser sein, lauter Wassermoleküle, und gasförmig nehmen wir mal Brom oder weiß der Kuckuck was, was so ein bisschen diese Farbe vielleicht hat. Beim gasförmigen Zustand sind die Atome auch verschiebbar gegeneinander, aber noch extremer, die Abstände sind wesentlich größer. Flüssigkeiten kann man im Allgemeinen nicht komprimieren, Gase schon. Nochmal, die Moleküle oder Atome in diesem Fall sind gegeneinander verschiebbar und haben relativ großen Abstand zueinander, lassen sich also komprimieren. Hier sind sie verschiebbar, haben aber einen kleinen Abstand, lassen sich fast nicht komprimieren, und hier sind sie dermaßen fest, dass man die Teilchen nicht verschieben kann. Also, so mir nichts, dir nichts, kommt man nicht durch Kupfer durch. Aber, alles haben sie gemeinsam, alle. Jetzt nehme ich mal einen lila Pfeil. Dieses Atomchen schwingt in diese, 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 diese und sonst was für Richtungen, und diese, diese, diese. Alle machen das Gleiche. Das heißt also, alle Atome schwingen irgendwie hin und her, obwohl sie fest miteinander verbunden sind. Das ist ein einziges chaotisches Hin und Her Bewegen der einzelnen Atome. Auch hier ist es so. Jedes schwingt irgendwie hin, her, her, hin. Wir hatten bei der Braunschel-Molekularbewegung schon mal davon gesprochen, das steckt so ein bisschen dahinter. Die Braunschel-Molekularbewegung sieht man allerdings nicht in festen Stoffen, weil die ja ihren festen Platz haben. Aber an ihrer Stelle in einem gewissen, mit einer gewissen Amplitude, sagt man dazu, das heißt mit einem gewissen Raum, den sie damit beanspruchen, hin und her schwingen. Auch die Gase machen das. Egal wie. Alle Teilchen schwingen irgendwie in irgendwelche Richtungen hin, her, her, hin. Dass die sich dabei gegenseitig anstoßen und verschieben, das ist noch eine ganz andere Sache und die können das auch. Und dieses hin und her schwingen, dieses chaotische hin und her schwingen, ich schreibe es mal extra so, chaotisches schwingen. Das bedeutet Wärme. Ich nehme mal das mathematische Zeichen, entspricht Wärmeenergie. Energie hatten wir auch schon herausgearbeitet. Mit anderen Worten, wenn ich mich verbrenne, muss ich physikalisch sagen, ich habe mich verschwungen. So, das diskutieren wir jetzt mal nur durch. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen und ich halte das Video an. So, jetzt haben wir darüber diskutiert und dieses chaotische Schwingen hört genau, aufhören, dieses chaotische Schwingen hört genau bei 0 Grad Kelvin auf. Ich komme gleich nochmal dazu. Man kann übrigens auch sagen, bei 0 Kelvin, dieses Grad kann man weglassen in diesem Fall. Wir alle kennen die sogenannte Celsius-Skala. Anders Celsius war ein schwedischer Forscher und der, aber auch Reumür oder Fahrenheit, die haben ihre eigenen Ideen gehabt, einen Thermometer zu entwickeln. Daher kommt Grad Celsius, also davon abgeleitet, Grad Celsius, was wir hier in Deutschland gerne brauchen, Fahrenheit gebrauchen die Amerikaner und wir schreiben dieses Grad noch als so eine kleine hochgeschobene 0. Und jetzt kommt das Verrückte. 0 Kelvin zu Ehren des großen Forschers Lord Kelvin hat man Kelvin dazu gesagt. Kelvin wird übrigens so geschrieben. Kelvin mit V. 0 Kelvin bedeutet, dass ich, wir kennen alle die 0 Grad Celsius, da gefriert Wasser, nochmal um minus 273,15 Grad alles kälter machen muss. Das heißt also, 0 Kelvin entspricht minus 273 Grad Celsius. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Minus 273 Grad Celsius bedeutet 0 Kelvin. Bei 0 Kelvin schwingt nichts mehr. Heißt aber andererseits auch, minus 1 Kelvin wird es nicht geben. Denn hier ist der absolute Stillstand eingetreten. Das bis dahin. Gut, haben wir noch einiges durchdiskutiert. also 273,15. Die 1,5, die schenken wir uns hier. Das vereinbaren wir hier. 0 Kelvin sind minus 273 Grad Celsius. Nochmal, Minus gerade in Kelvin gibt es nicht. Ist ausreichend wichtig. Wir kommen dann später nochmal drauf zurück, aber an dieser Stelle schließe ich das Video hier erstmal. auf.